Hi! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es bei mir Corn-of-Grill mit Butter-Gemüse und Reis. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich fange jetzt an und jetzt tue ich Wasser in den Topf rein. Ja, so viel reicht. Und da kommt jetzt das Butter-Gemüse rein. Ja, und ich melde mich dann auch gleich wieder. So, ich tue jetzt das Butter-Gemüse in den Topf rein. Ja, und ich melde mich dann auch gleich wieder. So, jetzt kommt Öl in die Pfanne rein. So, so, jetzt ist das Butter-Gemüse. Und ich melde mich dann auch gleich wieder. So, ich mache jetzt das Butter-Gemüse. So, jetzt ist das Butter-Gemüse. So, jetzt ist das Butter-Gemüse. So, ich mache dich nämlich, das ist wirklich Geschig. Dann мой Verletziger die P 터ffezungs-Blue Squid dazu. So, dann werden sie ausge melodyfi. So, jetzt machen sie jetzt, wenn sie seitdem. Außerhalb der Pfannezin in probabilityDetücke und trotzdem, Also ich mache jetzt das Butterkuchen auf den Salat, dann sind wir fertig. Mmmh lecker! So, das Fleisch oben ein bisschen. So, das ist alles drin. So, das ist alles drin. So, das ist alles drin. Das sieht auch ziemlich lecker aus. Das Butterküse. Das Wasser kochen. Jetzt kommt der Reis rein. Das dauert 10 bis 15 Minuten und dann ist das fertig. Die Reis rein. Die Reis rein. und ich mache das jetzt auch unter der und dann muss man sich aufpassen, dass man sich nicht verpönt so so sag aus das Essen jetzt mal Ja, ich werde das jetzt mal equilibrieren. Und lecker. Wenn ihr euch das Video gefallen habt, einfach einen Daumen hoch und abonnieren. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, die Glocke aktivieren und abonnieren. Und ich merke mich dann beim nächsten Video. Bis dann. 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 Bis dann.